Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ja wie versprochen die Quarantäne, die Hundestation zeigen, wie es einem Hund ergeht von der Aufnahme bis zur Entlassung. Also hier in der Quarantäne, da verbringt der Hund sozusagen die ersten 14 Tage seines Aufenthaltes bei uns im Tierheim. Hier schaut der Tierarzt nach, der Hund wird entwurmt, entfloht und es ist ganz wichtig, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Hund mit Flöhen zum Beispiel aufgenommen wird und der wird direkt in den Bestand geschickt, dann hätte man natürlich nicht nur einen Hund mit Flöhen, sondern alle hätten die. Deswegen ist das ganz wichtig, dass erstmal die 14 Tage Quarantäne abgewartet werden und erst wenn der Tierarzt wirklich sein Okay gibt und sagt, der Hund kann in die Vermittlung, dann würde er nach vorne in die Vermittlungshalle kommen. Und der Tiertrainer versucht noch eine Vergesellschaftung, weil später in der Hundehalle versuchen wir nämlich die Hunde möglichst nicht einzeln zu halten, sondern in Gruppen. Aber wenn wir uns auch bemühen, die möglichst in Gruppen zusammenzusetzen, zum Füttern müssen wir sie alle trennen. Deswegen gibt es hier in der Mitte zwischen dem Außen- und Innenzwinger einen Schieber, so dass ein Hund immer drin fressen kann und ein Hund draußen fressen kann. Weil wenn sie sich auch sonst sehr gerne haben, beim Futter hört einfach die Liebe auf und da ist jeder Hund fressneidisch, zumindest hier bei uns im Tierheim. Der Außenbereich, der ist eigentlich der Bereich, den ihr normalerweise nur seht. Also hier vorne in der Halle, das ist sozusagen den Tierpflegern vorbehalten, um mit den Tieren zu arbeiten. Wenn jetzt jemand draußen am Zwinger einen Hund gesehen hat, der ihm gefällt vielleicht von den Interessenten, dann würde ein Vermittlungsgespräch geführt werden. Da werden dann so Sachen abgefragt wie, wie lange arbeiten sie, wie lange muss der Hund alleine bleiben, haben sie vielleicht einen Garten oder haben sie Kinder daheim oder ältere Personen. Und die Interessenten gehen auch in der Regel dreimal mit dem Hund spazieren und es wird so ein bisschen abgetastet, ob die Chemie zwischen den beiden stimmt. Und wenn dann alles okay ist, dann kann der Hund nach einem dritten Mal gegen eine Schutzgebühr nach Hause in ein neues Zuhause gehen. Die Zwinger, die ihr hier seht, die sehen teilweise ein bisschen karg aus. Das hat aber seine Gründe. Wenn man zwei Hunde in einen Zwinger reingibt und dort ein Spielzeug reinlegt, dann kriegen die sich ganz schnell in eine Wolle. Und genauso ist es mit den Körbchen. Viele sagen immer, es gibt doch so schöne Strohkörbchen, warum stellt ihr die nicht da hinein? Aber ihr könnt euch vorstellen, mit dem Hochdruckreiniger einmal in so ein Strohkörbchen und dann war es das. Deswegen wundert euch nicht, dass die Zwinger so karg aussehen. Das ist einfach den Hygienemaßnahmen geschuldet, die hier in einem Tierheim herrschen. Ab und zu, wenn wir Platz haben bei uns im Tierheim, nehmen wir auch Hunde aus dem Ausland auf, weil wir sagen, also ganz legal über TRACES und unser Veterinäramt ist auch darüber informiert, weil wir einfach sagen, Tierschutz hört nicht an der Grenze auf. Und wenn wir hier Zwinger leer haben, warum sollen wir dann nicht einem Hund, der vielleicht aus Rumänien kommt, wir arbeiten mit einer bestimmten Tierschutzorganisation zusammen, eine Chance geben. Und das war die Laufbahn eines Hundes hier bei uns im Tierheim, von der Aufnahme bis zur Entlassung. Und morgen schauen wir mal, wie es unseren Katzen so geht. Durch die Corona-Krise haben auch wir finanzielle Einbußen erfahren. Und daher bitten wir euch um Spenden für unser Tierheim. Hierzu haben wir uns dann aber noch eine Kleinigkeit überlegt. Denn alle Spender nehmen automatisch an einer Verlosung teil. Hierzu müsst ihr lediglich im Verwendungszweck Ich will mit eintragen. Der Gewinner der Verlosung darf uns dann im Herbst zu den Dreharbeiten zu Tieresuchnern zu Hause nach Köln begleiten. Teilnahmeschluss ist der 27.06. Tags drauf werden wir dann über die sozialen Medien den Gewinner bekannt geben. Wir wünschen euch viel Glück! thaktisch rehab b